Musik Hallo meine lieben Kreativen, da bin ich wieder! Heute habe ich eine märchenhafte Leinwand für euch, die ich für mein Töchterchen Gabrielchen gestaltet habe. Ich nehme damit an ihrem Contest teil, der noch bis zum 1. Mai läuft. Natürlich werde ich nicht mitbewertet, aber vielleicht habt ihr ja auch noch Lust und Zeit, daran teilzunehmen. Da ich die Themen echt super spannend fand, habe ich gleich alle drei, die zur Auswahl standen, in mein Bastelprojekt mit einbezogen. Und zwar war das die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und auf meiner Leinwand erzähle ich die Geschichte von Aschenputtels Schuh im Wandel der Zeit. Doch schaut selbst! Ich hoffe, mein liebes Gabrielchen, dass ich das Thema getroffen habe und dass dir meine Leinwandgeschichte gefällt. Und du dich über meinen Beitrag freust. Und euch lieben Kreativen wünsche ich viel Freude beim Zuschauen und viele Ideen für all eure Basteleien in der Gegenwart und der Zukunft. Bis bald, meine lieben Kreativen! 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.